Hallo zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns an, wie du ein Histogramm in SAP Analytics Cloud erstellen kannst. Wir werden uns gemeinsam an einem Beispiel das ansehen und zwar indem ich eine neue Story erstelle. Dazu starte ich gleich los mit einem Beispiel. Ich verwende eine neue Story als Grafikbereich und ein optimiertes Entwurfserlebnis. Ich lege diese an, vergrößere die Arbeitsfläche und werde als erstes das Datenmodell einbinden. Dazu kann ich das im Bereich Mehr unter diese drei Punkte und dort werde ich unter Neue Daten hinzufügen ein bereits vorhandenes Modell verwenden. Ich selektiere nun ein Beispiel, The Best Run Choose. Das Modell ist eingebunden. Ich kann nun auch das hier entfernen und als ersten Schritt mir einen Überblick von den Daten geben lassen. Und zwar kann ich hier einstellen, dass ich beispielsweise nicht die Bruttomarge sehen möchte, sondern die verkaufte Menge. Und das möchte ich auch zeitlich in einer Tabelle sehen. Ich kann als nächstes dann noch angeben, dass ich beim Aufklappen nicht die Jahre habe, sondern hier die Hierarchie als flache Präsentation verwende. Und wir erkennen nun anhand dieser Grafik, was nun zu jedem Monat im Jahr verkauft wurde. Nun, das hat zunächst mal nichts mit einem Histogramm zu tun, jedoch hilft es im Verständnis der Daten. Als nächstes werde ich nun ein Histogramm einfügen. Dazu gibt es ein Standarddiagramm und zwar wenn ich hier nun ganz oben auf Diagramm wechsle, dann bekomme ich nun ein neues Visual und habe im Menü rechts die Möglichkeit dieses Diagramm zu ändern. Es gibt eine Vielzahl von unterschiedlichen Diagrammen und beispielsweise das Histogramm befindet sich hier rechts unten und es lässt sich so viel sagen, dass in der SAP Analytics Cloud das sehr standardmäßig zur Auswahl bereit steht. Hingegen zum Beispiel bei Microsoft Power BI ist das so nicht. Da muss man sich ein Visual aus einer Drittanbieterlösung in den Bericht hinzufügen. So, ich verwende nun das Histogramm und habe das nun vor mir. Als nächstes bestimme ich nun die einzelnen Parameter und zwar die Konten, in unserem Fall die verkaufte Menge und die Aggregatdimension, zum Beispiel das Datum. Und wir erhalten nun ein Histogramm mit den verkauften Mengen. Als nächstes kann ich dann noch angeben die Packet Size. Mir empfiehlt jetzt der Name für das Deutsche, sozusagen die Klassengröße, so müsste es glaube ich heißen. Hier die Anzahl an Bins und diese kann ich dann entsprechend variieren. Wie du siehst, lässt sich in der SAP Analytics Cloud relativ einfach ein Histogramm standardmäßig in einen Bericht einbinden. Und falls du Fragen dazu hast, hinterlasse mir einfach einen Kommentar oder auch bei Ideen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und viel Erfolg. Ich mache jetzt natürlich wieder weg, nämlich im Blog. Gute undView.